hallo liebe fußballfreunde willkommen auf werners fußballecke heute habe ich natürlich ein neues fußballquiz für euch und zwar heute müsst ihr mannschaften an ihren drei stürmern erraten ich zeige euch jeweils drei national flaggen der angreifer der stürmer und ihr müsst erraten welcher fußballverein das sein könnte wenn euch das video gefallen hat teilt es gerne mit euren freunden dann viel spaß so 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 ja liebe fußballfreunde das war's für heute wie viel habt ihr richtig schreibt sie in die kommentare habt ihr andere ideen neue ideen schreibt sie auch in die kommentare hier seht ihr gerade wie immer zwei playlist vorschläge und ein video vorschlag könnt ihr euch mal gerne anschauen und nicht vergessen wenn das fußballe zu abonnieren danke euch bis bald tschüss so 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 so